Die Medaillen teilen sich Rolf Baumgart und Vitus Scheuer. Zweiter Platz, Silver Medal, Johannes Berthold, Deutschland. Und jetzt ist es bereits die 11 Stimme, die dritte Einzelvollmedaille New World Champion und kommt aus England, Chrombie Glant, Les Ducky. So ist es der Vorsitzende. So, Sie kennen das Vorsitzende, wir machen weiter mit den Damen und kommen dort zur Kategorie Damen über 18. Und gewinnt eine Silbermedaille, der 2. Platz in der Winner der Silbermedaille von den USA, Les Ducky. World Champion, Sonja Finn. Dann haben wir weiter mit der Siegelung bei den Herren. Zweiter Gewinner der Silbermedaille Ausstieg von Sweden, Brune Forsberg, Silber. Und gewinnt eine Goldmedaille New World Champion, Singles Award ATE. Von der Chancen-Marke, Steinka Schmidt. Congratulations. Und Sie werden es gemerkt haben, wir haben die Teams, die die Mitarbeiterinnen und die Ehrenpreise übernehmen, getauscht haben. Und alles, was Sie vorgelesen haben, nämlich die Damen, auch bei den Herren und... ... ...